Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Bei Energie und Lebensmitteln explodieren die Preise. Die Inflation ist so hoch wie seit 50 Jahren nicht mehr. Und für Beschäftigte bedeutet das, dass sie jeden Tag ärmer werden, auch wenn sie täglich zur Arbeit gehen. Aufs Jahr berechnet verlieren sie ein komplettes Monatseinkommen. Das ist doch Wahnsinn! Und der Finanzminister hat versprochen, ich zitiere, in diesem Land wird im Winter niemand hungern und niemand frieren. Mal ganz abgesehen davon, dass diese Äußerung alleine schon eine politische Bankrotterklärung ist, frage ich mich, in welchem Paralleluniversum lebt eigentlich Christian Lindner? Die Tafeln sind so überfüllt, dass sie die Menschen abweisen müssen. Strom- und Gaskunden rufen verzweifelt bei ihren Energieversorgern an. Und ich zitiere aus dem Handelsblatt. Sie schreien, sie weinen, einige drohen sogar mit Selbstmord, weil sie jetzt schon nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen. Statt leeren Versprechungen muss diese Bundesregierung endlich handeln. Wir brauchen für Privatkunden, aber auch für kleine und mittelständische Betriebe endlich einen wirksamen Preisdeckel für Gas und Strom. Halb Europa hat seit Monaten einen solchen Preisdeckel, und die Übergewinne werden dort besteuert, um die Bevölkerung zu unterstützen. Bei uns läuft es umgekehrt. Da zieht die Bundesregierung den Leuten durch die Gasumlage noch zusätzlich das Geld aus der Tasche, während Energie- und auch Lebensmittelkonzerne den Reibach ihres Lebens machen. Was für eine absurde Politik! Genauso wie das Gefasel über eine drohende Lohnpreisspirale. Da schlägt ein wohlgemerkt sozialdemokratischer Kanzler steuerfreie Einmalzahlungen vor, die noch dazu freiwillig sind. Ja, wo bleibt denn das Tariftreuegesetz und die Erleichterung von allgemeinverbindlicher Erklärungen? Die Beschäftigten brauchen nämlich deutliche, dauerhafte Tarifsteigerungen, keine einmaligen Notgroschen. Merkt die Bundesregierung eigentlich, dass hier eine gefährliche Mischung aus Verzweiflung auf der einen und tiefer Frust über die soziale Ungerechtigkeit auf der anderen Seite entsteht. Diese interessengeleitete und ungerechte Politik hilft dem Trupp hier rechtsaußen. Die wollen nämlich nach eigenen Aussagen, dass es Deutschland schlecht geht. Sie wünschen sich einen dramatischen Winter. Sie von der AfD fordern in Ihrem Antrag einen Inflationsausgleich zum Mindestlohn, einem Gesetz, den Sie hier nicht mal zugestimmt haben. Sie fordern eine Erhöhung der Regelsätze, obwohl Ihr Redner heute Morgen das Bürgergeld noch diffamiert hat und gesagt hat, es würde alle bestrafen, die fleißig arbeiten. Ihre Scheinheiligkeit und Doppelzündigkeit ist wirklich durch nichts zu überbieten. Und deshalb an die Bundesregierung als Appell, behalten Sie bitte Ihre Energiespartipps für sich. Hören Sie auf, auf gutes Wetter im Winter zu hoffen. Machen eine Politik im Sinne der Mehrheit der Bevölkerung in diesem Land, um die nicht weiter zu stärken. Vielen Dank. Applaus Machen Machen Machen